Ja, schön. Großartig. Einwandfrei. Toll macht Panini. Super. Vielen, vielen Dank. Für die, die es nicht wissen, Panini hat gerade eben bekannt gegeben, so vor einer halben Stunde ungefähr, dass der Sonic-Comic eingestellt wurde. Die werden nicht mehr kommen. Sonic-Comic Nummer 10 wird also ausfallen. Es werden keine Sonic-Comics mehr kommen. Nichts mehr. Irgendwie in der Richtung. Toll, super. Ich habe jetzt richtig den schönen Tag versaut. Macht's gut.